Willkommen zurück bei Father & Son Play for Fun. Und jetzt ist es gleich soweit, wenn alles glatt läuft. Dann erledigen wir alle Herausforderungen des Tages. Ich muss nur noch dieses Lager verteidigen. Und das läuft aber irgendwie nicht so gut. Und dann seht ihr mal, was passiert. Wenn man alle Rollen-Herausforderungen erledigt hat. Ich glaube, ich wechsle mal eben die Knarre hier. Weil das kommt ja bei mir selten vor. Dass ich tatsächlich alles erledige. Oh, wir haben nur noch einen. Der da lebt. Und der darf uns nicht drauf geben. Weil dann haben wir es nämlich nicht verteidigt. So. Da seht ihr es. Eins von zwei Reisenden nur beschützt. Oder einen von zwei Reisenden beschützt. Aber... Ich hoffe, das reicht. So, Lager verteidigt. Eins von eins. Und jetzt tägliche Herausforderungen. Sieben von sieben. Es hagelt Geld, XP und nochmal Gold. Und nochmal 0,6. Ja, und damit sind keine Herausforderungen mehr da. Ja, das war die Kurzfassung. Ich zeige mal, ob ihr das Lager vorhin mal fix verlegt. Achso, looten können wir auch noch hier hin. Ich versuche es gleich wieder hier in diese Ecke zu ziehen. Damit wir hier morgen in aller Seelen Ruhe weitermachen können. So, Lager. Einfach irgendwo hin. Kurz warten. Und dann hier hinziehen. So, ja. Habe ich das auch mal geschafft. Nochmals. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Und schreibt da bitte was in die Kommentare. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. My father and son. Play for fun.